Du bist der ultimative Fan von diesem Schweighofer-Art aus diesem YouTube-Internet, hast die Glocke aktiviert, hast den Kanal aktiviert, bekommst aber dennoch keine Nachrichten, wenn der live geht und ärgerst dich dumm und dämlich, warum das nicht funktioniert. Es ist nicht seine Schuld, es ist deine. Du hast YouTube falsch eingestellt und ich habe mich mal schlau gemacht und möchte euch einfach jetzt mal in diesem kurzen Quick-Tipp zeigen, wie ihr eine aktivierte Glocke auch so aktiviert, dass ihr Nachrichten bekommt, wenn der gute Schweighofer wieder online ist, damit er euren Tag versüßt. Und als Beispiel, wir gehen jetzt mal auf die Seite eines unbekannten Typen, dieser Ankel Phil, den muss man jetzt zwingend nicht kennen, solltet ihr aber unbedingt abonnieren, dass er endlich mal Richtung 100.000 Abonnenten kommt. Ich mache das hier mal, ich setze hier mal ein Abo. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, ich kann Mitglied werden, okay, das ist wunderbar, aber ich kann hier auch die Glocke aktivieren. Und ich sage mal, ich möchte alle Sachen von ihm aktiviert haben. Die Glocke hat jetzt links und rechts zwei so Schlürchen, das heißt eigentlich, okay, ich sollte eigentlich alles bekommen. Das könnte jetzt aber sein, dass YouTube meint, ich werde nur ab und zu mal informiert. Und wie kann ich das einstellen? Nun, ich habe hier oben auch nochmal eine Glocke. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, Leute, aber da müsst ihr kurz durch, wenn ihr das einmal eingestellt habt, dann funktioniert das auch bei allen anderen Kanälen, die ihr aktiviert habt. Ihr müsst nämlich hier auf dieses Zahnrad gehen. Jetzt kommen wir in diese Galerie hier rein und jetzt können wir hier alle möglichen Sachen aktivieren, einstellen, das lest ihr euch einfach durch und versucht einfach mal zu schauen, was habe ich denn hier eingestellt und was nicht. Ich kann zum Beispiel bei E-Mail benachrichtigt werden, ich kann auf allgemeine Produktupdates aktivieren, ich kann total viel Sachen machen. Ich möchte aber mit euch auf diesen Kanäle, die ich abonniert habe, Button klicken. Und da sieht man mal alle Kanäle, die der Schweighofer hier mal aktiviert hat. Und da suchen wir uns mal den Onkel Phil. Hier ist der Onkel Phil. Hier ist die Glocke aktiviert. Und wenn ich jetzt hier nochmal draufklicke, kann ich sogar nochmal auf personalifiziert gehen. Und da steht da, du erhältst personalifizierte Benachrichtigungen. Wenn ich nochmal draufklicke und auf alle klicke, steht hier, du erhältst alle Benachrichtigungen. Und jetzt sollte ich auch wirklich von dem Kollegen oder dem wunderbaren Thorsten Buch Fotografie hier oben ständig Nachrichten bekommen, die ich vorher vielleicht noch nicht bekommen habe. Das Ganze sollte auch jetzt auf eurem Handy, weil das ja kompatibel ist oder miteinander redet, also euer Handy redet mit eurem Rechner, verbunden sein und sollte funktionieren. Und damit hätten wir hoffentlich das Problem gelöst, dass ihr, wenn ihr auf Schweighofer Art hier die Glocke aktiviert habt, was ihr jetzt natürlich auch alle noch machen müsst, Nachrichten bekommt, wenn ich endlich wieder mal live bin und ich euch ein paar schöne Stunden Kreativität verschaffen soll. In diesem Sinne, aktiviert die Glocke. Das war jetzt ein schöner Einspieler. Könnt natürlich auch den Kanal fix abonnieren, Benachrichtigungen einstellen oder auch eine der Playlists anschauen oder Videos anschauen, die ich euch jetzt links hier noch verlinkt habe. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Schweig ober. Und out.